Also Axel, ich versuche mal zu erklären, was du ihm erklärt hast. Hier wird gemolken, in den Eimer. Der Eimer wird hier reingepackt. Dieser Trecker fährt hier lang, hier exakt hier lang, um diese Pulle rum, um diese Pulle rum und einmal rum und kommt von da wieder hierher. Viel zu lachen gab es auf dem Langwedeler Markt, als Politiker und Selbstständige beim traditionellen Gemeindewettkampf aufeinandertrafen. Und 3, 2, 1, los! So, nein, ja, bei diesem Spiel, ihr fritt ja. Jetzt kommen da so die, kommen da jetzt die Wannen ran. Okay? Ja, aber die Bäuerinnen waren, die Bäuerinnen waren früher immer sehr flexibel, ziemlich schnell ran. Nein, nein, nein! Das ist ja darum, dass man Geschick hat. Das gibt einen Bonuspunkt, zwei Flaschen, der bleibt falsch. Das gibt 0,2 Liter mehr für die Selbstständigen. Das gibt einen Bonuspunkt, zwei Flaschen, der bleibt falsch. Vielen Dank.